Was beim letzten Mal geschah... Guck mal einfach... Oh! Meine Hand! Aua! Oh mein Gott, Leute! Was ist hier heute los? Das... Hucki, Wucki, lass mich in Ruhe! Meine grüne Hand fängt an zu leuchten! Oh Gott! Ja, da, Hucki! Oh! Leute, Mann! Was geht ab? Wo bin ich? Hä? Was ist das denn hier? Habt ihr das Kichern gehört? Mama? Mama, bist du hier? Ich hab keine Hände gerade am Start, Leute! Was ist das hier? Eine ziemlich düstere Atmosphäre! Ey, was ist denn das hier für ein Knascht, Alter? Hä? Ich bin in dem anderen Raum! Ja, moin! Ich krieg die Tür hier nicht auf! Ich komme nicht raus! Mama, bitte! Lass mich einfach hier raus! Okay, wir kommen nicht raus! Vielleicht schaff ich das ja nochmal! Warte mal, wie hab ich das gerade gemacht? An der Wandecke hier, oder was? Oh! Ich bin im Flur! Oh! Man hat das Kichern auf der linken Seite irgendwie gehört! Hallo? Ich seh da nichts, Leute! Okay! Ich weiß nicht! Ich weiß wirklich nicht, wo wir hier sind, Leute! Aber, oh mein Gott! Die Räume! Alles ist dunkel! Gut! Ich, ähm... Ich, wir müssen gucken! Vielleicht können wir hier rüber gehen! Diese Tür hier... Warte mal! Ich will in diesen Gang hier rein! Vielleicht! Ja! Ich hab's geschafft! Hallo? Wer ist denn da? Mama! Oh! 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 Ich, äh... Ich mach mich lieber aus dem Staub! Das bewegt sich nicht, okay! Ja, gut! Was... Was geht denn hier eigentlich ab? Also, soweit ja an sich... Nichts, oder? Ich komm hier leider nicht mehr durch, Leute! Ich kann hier nicht durchkommen! Verdammt nochmal! Mama, lass mich in Ruhe! Ich hab doch nur die goldene Hand ausgepackt! Ich mein's ehrlich! Okay! Oh! Oh, verdammt! Die Störgeräusche sind wieder da! Die sind immer näher! Okay! Seht ihr das? Seht ihr das, was ich da seh? Das ist ein Schreibtisch zum Einchecken! Und eventuell eine Puppe? Mama, bist du das? Hä? Oh, ich darf sie, glaub ich, nicht angucken, Leute! Okay! Sie tut mir soweit ja nichts! Ich geh mal hinter diesen Schreibtisch! Äh, hallo? Wow! Junge, wo bin ich? Hallo? Ey, bilde ich mir das gerade ein, oder... Leute, wo zur Hölle sind wir? Okay, ich, äh, ich steh jetzt hier! Ich kann ohne Handschuhe nichts machen, Mama! Digga, das ist komplett schwarz, das Ding! Okay, ja, ähm, dann... Ich würd' einfach sagen, ich setz mich hier auf den Stuhl rauf! Und, äh, tipp hier mal irgendwie an der nicht vorne in Tastatur rum! Und, äh, ja! Wollen Sie die Fabrik einchecken? Ich nehm mal an, das ist ein Ja, oder? Also, einmal in die Fabrik rein! Puh! Okay! Wo, wo bin ich? Ich, äh, ich hab' einen goldenen Handschuh, aber der Fernseher fehlt! Das Grabpack ist genommen, aber... Oh, nee, ne! Die Lampen sind schon wieder weg, Leute! Was ist da los? Da hinten sind noch zwei Lampen da! Okay! Aber warte mal ganz kurz, Alter! Ist hier gerade die Fabrik richtig aufgeräumt, oder was? Hier ist nichts mehr in der Lobby! Was ist hier drüben? Okay, der Laden steht auf jeden Fall noch! Da hinter mir... Ist was? Nein! Okay! Hallo? Mama, bist du das? Ich, äh... Ich mach mal die Tür hier auf! Mit dem goldenen Handschuh können wir jeden... Jedes Pad können wir da aufmachen! Boah, ich bin vorsichtig, ne? Wenn wir Mami Longlegs angucken, passiert was! Ich geh' mal hier rum! Okay! Mama ist nicht da! Was geht denn jetzt ab? Wir haben keinen Gast hier! Ist hier heute nix los, stell' mal vor! Normalerweise, wir sehen ja hier schon mal das erste Mal den Charakter, aber... Ähm... Ich weiß nicht, was ich tun soll, ne? Seht ihr das? Seht ihr das da drin? Das sind doch schwarze Figuren von Mama! Leute! Oh mein Gott! Was geht denn jetzt ab? Ich schwör's euch! Ich weiß nicht, was hier Phase ist heute, ja? Aber ich hab langsam echt die Schnauze voll! Goldener Handschuh! Goldener Hagiwagi! Komische Mami Longlegs! Also irgendwann reicht's, okay? Irgendwann reicht's! Dieser Bug hier ist auch einfach zu wild! Zieht ihn euch rein! Letztens erst rausgefunden! Absolut krass! Was hier schon wieder geht! Heftig, Mann! Ich hab einfach den Laser der unendlichen Unendlichkeit! Zu wild! Okay, wir nehmen jetzt einfach mal das Ding hier rum und... Ja, hier ist alles beim alten, Leute! Alles okay! Normalerweise ist Mami jetzt ja eigentlich hier, ne? Wir lern mal vorsichtig rein! Hallo! Keine Hand an der Tür, Leute! Okay! Ähm, ist die Tür hier? Ja, tatsächlich die Tür! Die Treppe zur Hölle ist offen! Warte mal ganz kurz! Da fällt mir grad was ein! Jedes Mal, wenn hier ein komisches Ficht drinne war, irgendwas ganz komisches, ist die Treppe zur Hölle offen! Bedeutet das möglicherweise, dass wenn das Böse hier drin ist, die Treppe zur Hölle offen ist, weil sie aus der Hölle kommen! Junge, das könnte eine sehr wilde Theorie sein! Egal, wir machen jetzt erstmal weiter und... Hä? Sie ist weg! Juhu! Was geht denn da bitte grad ab? Träum ich das heute? Träum ich das heute? Bitte! Leute! Zwickt mich mal einer! Ah! Das hat weh! Ey! Was geht denn hier ab? Das ist doch nicht normal, oder was? Wer hat denn das gemacht? Wer hat denn das gemacht? Der wird angezeigt! Ich mein's ernst! Alter, wir müssen uns das hier heute ganz genau reinziehen, okay? Ich nehme jetzt erstmal hier diesen Stein und das Energieteil da oben und das hier vielleicht. Dann auch mal diesen grünen Stein hier. Ah, warte mal. Finger weg! Was? Finger weg! Wer hat das gesagt? Ich nehme das jetzt einfach mit. Ist mir Piepschnurz egal. Ist mir scheißegal. Ich mach die Tür hier einfach auf und gut ist. Na gut. Ich, äh, ja. Hab ich da grad was aus dem Gang gehört? Hallo? Mama? Mama? Hallo? Ist hier wer? Ah! Oh Gott! Habt ihr es gesehen? Da hat sich was bewegt. Da hat sich was bewegt. Digga, lauf! Ich schließe hier alle Türen ab. Ich gehe hier nie wieder durch. Ich gehe hier nie wieder durch, Freunde. Nie wieder. Gar nichts. Null. Hä? Oh! Oh Gott! Ey, also langsam wird es immer creepier, okay? Langsam wird es immer creepier. Ich schiebe schon diesen ganz anderen Film. Ich sag euch, wie es ist. Dieser ganz andere Film. Ich weiß nicht. Wir machen weiter. Wir gucken uns das an, was hier heute passiert. Ich bin super gespannt. Okay, ich hab die grüne Hand jetzt eingesammelt. Ich muss hier dringend raus aus diesem Puff. Mach die Tür auf, Mann. Mach die Tür auf. Gar kein Bock, wenn die kommt. Gar kein Bock, wenn die kommt. Die haben sich noch nie bewegt, die Figuren. Noch nie. Die hat sich noch nie was bewegt. Wie kann das sein? Erzähl mal. Alter Schwede. Das war aber nicht jetzt irgendwie, äh, ne? Okay, also mach mal hier Vollgas jetzt. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Alarmgeräusch war aber jetzt anders. Das war jetzt anders. War auch sonst nicht so. Hände sind wieder normal. Komisch. Was ist da los? Freunde, es ist heute zu merkwürdig. Ich weiß auch nicht, ne? Aber... Digga, was geht denn hier? Okay, Freunde. Also irgendwie ist der Zaun hier nicht mehr da. Ich muss ja eh erst mal den Strom aktivieren. Von daher ist das... Hallo? Hä? Meine Arme sind weg. Meine Arme sind weg, Leute. Mama? Digga, da kommt niemand. Oh. Dunkel. Kommt zu mir, spiel. Ich liebe neue Gäste. Oh, oh. Oh, Gott. Äh, 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 so da geh ich ganz sicherlich nicht mehr hin. Der Gang war sowieso schon sehr suspekt. Ich geh jetzt in den Wend, Leute. Ich riskiere's, Mann. Hallo? Hallo? Wer ist da? Oh, oh, oh. Habt ihr das gesehen? Leute, da. Das war Black Mami Long Legs. Kommt jetzt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Scheiße, Mann. Was hab ich bloß getan? Was hab ich bloß getan? Oh, lauf, Junge. Zieh, zieh, Forrest. Zieh. Da hinten, Leute. Was geht da bloß ab? Oh, mein Gott. Ich muss die umlegen. Ich muss die umlegen. Ich hab keine Arme mehr, Mann. Ich hab keine Arme mehr. Mama, das ist unfair. Oh, oh, oh. Scheiße, was ist denn hier passiert? Glanz langsam hier rein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, Digga, diese Störgeräusche sind ja anders komisch. Oh, nee, nicht diese Szene. Nein. Mama. Mama. Oh, Gott, wie die aussieht. Oh, ich muss durchziehen. Alter, die ist richtig nah dran. Spring um dein Leben. Spring um dein Leben. Spring um dein verdammtes Leben. Die Hände sind wieder da. Arme hoch. Reiß die Scheiße runter. Black Mami Long Legs stirb. Die goldene Hand. Die verschwindet in die tiefen... Der tiefen Tief-Sinnigkeit. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, das war wirklich mal ein ziemlich wildes Abenteuer hier heute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ganz im Ernst, Freunde? Hä? Ich werd... Ich werd nach oben gezogen. Hä? Hä? Ich, ähm... Okay. Was soll ich denn hier oben... Spring oder die Hölle holt dich. Ich soll hier echt jetzt runterspringen. Ich soll jetzt hier echt runterspringen. In die Tiefsee oder was? In das ganz Tiefe. Okay. Ich... Mama, ich mach das jetzt. Okay, spring. Oh, Gott. Komm zu mir. Hä? Junge, was ist das denn hier unten? Ach du Scheiße. Leute, das war's wieder mit einem zu kranken Video auf dem Sonntag. Ich weiß auch nicht, was da heute abgegangen ist. Aber lasst ein Like da, wenn euch diese Story am Wochenende gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr so eine Videos auch nicht mehr. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Dickes Küssen geht raus. Deno out. Deno out.